Ola Salzgeber, ihr Glücksbringer, genannt Baby, und ihr Spitzenpartner Herzi. Zu dritt sind sie am Start beim Weltcup-Turnier in Neumünster. Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Ich reite unheimlich gern in der Halle, hier in der Holzenhalle in Neumünster. Von daher war es eigentlich recht gemütlich, was die Nervenanspannung angeht. Es war ein bisschen ärgerlich, dass ich wieder einen Fehler eingebaut habe bei meinem Einerwechseln. Und dass mich das dann den Sieg gekostet hat, weil es war ja sehr eng in der Spitze. An die Spitze gestellt hat sich heute im Grand Prix Mannschaftsweltmeisterin Fabian Lütkemeier und D'Agostino. Knapp vor Ola Salzgeber und Herzrufs Erbe. Zwei große Damen des deutschen Ressursports. Die eine hat schon vor 15 Jahren hier gesiegt, die andere heute zum ersten Mal. Und wieder war es ein besonderes Erlebnis für Ola Salzgeber in Neumünster. Das war wirklich ganz süß. Das war 2001 in der Pressekonferenz. Die wurde plötzlich gestürmt von einem kleinen Mädchen, neun Jahre alt. Und das hätte ich nie vergessen. Die Kleine sah aus wie Pippi Langstrumpf, rote Zöpfe, Sommersprossen, die Zahnlücken ohne Ende. Baut sich vor mir auf, die Kleine. Ich bin die Finja Kraft und ich wollte dir nur sagen, Ulla, ich bin dein größter Fan. Und das war zum Schießen. Es hat jeder gelacht. Und das Nette an der Geschichte ist, die ist also dann auch später hier im Landeskader geritten für Holstein. Also ist irgendwie mir hinterhergekommen. Und das ist einfach schön. Schön war auch ihr erster Start mit Youngster Sir Simon. Bis jetzt läuft es wirklich gut und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, dass eben auch jetzt was nachkommt, was eben auch international dann, ich denke mal, in die Fußstapfen von Herzi treten kann. Große Fußstapfen sind das und vor allen Dingen eine ganz besondere Partnerschaft. Herzi, ich danke dir, dass du endlich gut läufst und konstant läufst und bitte halt noch ein bisschen durch. Ulla Salzgeber genießt die Zeit mit ihrem Herzi und besonders in Neumünster.